Die sind noch nicht mal Wächter oder solche Leute, weißt du? Oh, welche ist die Person? Die da hinten. Die schwarze, ne? Mhm. Oh man, ich hoffe, da kommen nicht so viele Leute mehr. Was? Ich hoffe, da kommen jetzt nicht mehr so viele Leute, das ist echt schon... Ne, gut. Wie viele Pferde waren das jetzt? Einige. 20? Ne, sicherlich. Boah, die waren ganz schön. Ja. Schön, dass ich da noch zusammenkriege. Oh! Kannst du den Philipp... Ah, scheiße, der ist weg. Was? Sonnencreme mitbringen. Hast du keine da? Nein. Ich hab seine Nummer nicht mal. Ja. Ruf mal von meinem Handy an. Ja, doch, ich hab den Handy an. Hast du sein? Oder kannst du von meinem Handy anrufen? Wenn die durch ist. Hat er überhaupt sein Handy an? Ja, das ist so. Wachen wir mal. Was ist denn jetzt los? Ja, auf doch, du dummes Ding. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir hatten schon das alles für Rabiaten zu kommen. Ja, Mann. Ich halte echt nicht das auf die Falle, dann halte ich überhaupt nichts. Warum, was ist da der Unterschied? Weiß einfach, das ist... Oh, der hat einen süßen Arsch. Da bin ich gerade ein bisschen zu sehr reingezoomt. Oder ist das ein Typ? Was ist das ein Typ? Scheiße, Mann! Nee, ich weiß nicht, was ein Typ ist. Doch, das ist ein Typ. Oh, steht doch. Nein, steht nicht auf die Jungs, aber... Der sah gerade echt geil aus, der Arsch. Oh, Sonnencreme! Hä? Das ist wegen der Werben-Zugestelle. Da kommst du rein, dass die Sonne ist. Ähm, bringst du Sonnencreme für ihn? Die ist im Badezimmer oben. Die mit Karotin. Danke! Und die Elf. Wie bitte? Tickets holen! Ich? Ich?